So reagiert Alonso auf seine Gelbsperre. Leverkusens Trainer Xabi Alonso, 42, und wie FB-Coach Sebastian Hoeneß, 41, sahen von dem völlig überforderten Schiri Felix Zweier, 42, Bildadresse 6, jedes Mal jene gelbe Speisekarte. Es war einer der vielen Aufreger bei dem 2-2-Krimi von Bayer 04 gegen den VfB. Alonso wirkte hinter der Verwarnung, wie müsse er sich auf jene Lasche beißen, ging mit Händen in der Hosentasche erst mal einige Schritte rückwärts. Das Schmollmund aber sprach Bände, er lächelte Süßschauer. Tatsache ist, Alonsos vierte Gelbe in dieser Saison bedeutet für den Meistertrainer eine Barriere bei dem nächsten Liga-Zweikampf in Frankfurt an dem 5. Einer seiner Assistenten wird jene Werks-Elf diesfalls von der Aspekt betreuen, entweder Sebastian Parela, 46, oder Alberto Enzinas, 42. Mai, 17.30 Uhr. Es ist nicht jene erste Barriere seiner Trainerkarriere. Das ist mir zwischen der zweiten Mannschaft zwischen Real Sofiedad denn doch mal passiert, klärte Alonso hinter dem Stuttgart-Wette auf. Und mit einem Lächeln meinte er, letztes Jahr war ich denn doch mal in der Nähe bei dran mit Leverkusen. Wofür der Spanier verwarnt wurde? War ihm nur nicht klar, es war ein intensives Wette mit Leidenschaft, aber es ist auf der Bank nichts Besonderes passiert. Es gab allerdings eine Diskussion mit dem Schiri, sogar mit der anderen Bank, aber mit vollem Respekt. Ich verstehe jene gelbe Speisekarte kreuzbrav gesagt nicht so gut. Aber man muss dasjenige akzeptieren, dasjenige nächste Wette bin ich auf der Tribüne. Dann kehrt Granit Xhaka, 31, hinter seiner gelb Barriere gegen Stuttgart zurück. Schweizer macht Kerzenpfeilschnurstock steif sein A-Trainer-Lizenz. Wäre Xhaka im Sinken nicht der ideale Spielertrainer für eine Partie?